Antrieb und Pulsschlag, das ist Berlin. Immer in Bewegung und immer nach vorn. Aus Tradition in die Zukunft. Und wir? Wir waren stets dabei. Gemeinsam sind wir gewachsen und gemeinsam haben wir Geschichte geschrieben. Wir sind Siemens. Und wir sind in Berlin. Hier ist der Sitz unseres Deutschlandvertriebes. Hier bündeln wir unser Know-how und von hier betreuen wir unsere Kunden. Hier entwickeln wir Produkte und Lösungen zur Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Maßgeschneidert für den Weltmarkt. Hergestellt in Berlin. Mitten in der Stadt fertigen wir die leistungsfähigsten Gasturbinen der Welt und ebnen so den Weg für langfristig bezahlbare Energie. Wir entwickeln Produkte und Systeme zur zuverlässigen Übertragung von Elektrizität im größten Werk für Schalttechnologie weltweit. Wir beschreiten neue Wege in der Produktion. Mit intelligenten Produkten für die Stromnetze von heute und morgen. Wir sind Motor für Innovationen. Entwickeln und fertigen große Antriebe und Generaturen. Mit Pioniergeist stellen sich unsere Mitarbeiter den immer neuen Anforderungen. Dem was eine Stadt bewegt. Als einziges Unternehmen der Welt bieten wir integrierte Verkehrs- und Logistiklösungen aus einer Hand. Und vieles davon direkt aus Berlin. Hier bilden wir aus. Gestalten die Zukunft. Unsere Leidenschaft für Ingenieurskunst treibt uns dabei an. Immer in Bewegung und immer nach vorn. Willkommen beim größten Industrieunternehmen in Berlin. Willkommen bei Siemens.